In diesem Video möchte ich euch Notebook LM von Google vorstellen, ein neues KI-Angebot, das kostenlos nutzbar ist und ja, natürlich auch für die Erwachsenenbildung eine große Rolle spielen kann. Wenn es euch interessiert, bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend. Was ist das für die Erwachsenenbildung? Die haben jetzt ein neues Angebot gelauncht oder auf den Markt gebracht, Notebook LM, was kostenlos mit einem Google-Account eben auch nutzbar ist. Und das wollen wir uns jetzt hier mal anschauen und auch die Möglichkeiten, die im Bildungsbereich dadurch entstehen können. Unter der Adresse notebook-lm.google.com kann man das wie gesagt nutzen. Und worum geht es? Also im Prinzip kann ich hier eigene Notebooks, also Notizbücher anlegen, diese mit unterschiedlichen Arten von Informationen füttern und dann eben per KI in meiner Texteingabe, in meinen Chats Bezug auf diese ganzen Dokumente auch nehmen. Und wir kannten das ja oder kennen das ja auch bei ChatGPT durch die Custom-GPTs, also durch die eigenen Sprachmodelle, dass das ja sehr, sehr vorteilhaft sein kann, vor allen Dingen auch mit der Berichterstellung, in der Projektarbeit, wenn ich einfach mehrere Quellen mit angeben kann und mir dadurch auch Erleichterungen zum Beispiel beim Sachbericht etc. auch verschaffen kann. Und wir wollen uns das jetzt einfach mal anschauen, wie es hier konkret funktioniert. Ich habe jetzt hier einige Beispiel-Notebooks, die ich nutzen kann, aber wir fangen natürlich direkt mit einem eigenen Notizbuch an und haben jetzt erstmal die Möglichkeit, direkt hier aus dem Google Drive PDF-Textdatei, ein kopierter Text oder über eine Website Texte oder Inhalte hinzuzufügen. Und von daher schauen wir doch als erstes mal, was ich mir vornehme oder was ich jetzt vorhabe. Einige von euch kennen das. Wir haben mit digitaleelternbildung.de schon seit über 12, 13 Jahren ein digitales Angebot zu Themen der Familienbildung und Elternbildung im digitalen Raum. Und dort gibt es jetzt hier auch Themenbereich, ja, Leben mit Kindern, Mein Kind und Medien zwischen Bilderbuch und Tablet. Hier werden einfach Familienthemen, medienerzieherische Themen auch entsprechend aufbereitet. Und ich möchte jetzt einfach mal gucken, wir haben jetzt hier in diesem Bereich verschiedene Texte, verschiedene Blogartikel, insgesamt vier Stück. Und diese werde ich jetzt mal in ein digitales Elternbildung-Notebook importieren. Dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Zuerst brauche ich natürlich die URL-Adressen. Das heißt, ich öffne mir jetzt mal alle Seiten, die ich hier habe, kopiere mir die einzelnen URL, was leider nicht möglich ist, die obere URL-Adresse von der Website anzugeben und die KI durchforstet dann die kompletten Inhalte. Sondern ich muss wirklich jeden einzelnen Artikel dann auch aufnehmen. So, dann gehe ich URL der Webseite, füge sie hier ein. Das können wir wegmachen. Den wegmachen. Dann der nächste. Hinzufügen. URL der Webseite. Den nächsten hinzufügen. Das ist jetzt erstmal ein bisschen Pflegearbeit. Und den hier noch. Genau. Und insgesamt kann ich hier bis zu 50 Quellen jetzt auch angeben. Das ist schon mal eine ganze Menge. So, und wir sehen, hier wird auch schon direkt in der Mitte gearbeitet. Das heißt, ich bekomme hier schon direkt eine Zusammenfassung, worum es in den Artikeln geht. Ich bekomme jetzt hier auch schon mal vorgeschlagene Fragen. Ich habe jetzt hier unten die Möglichkeit, einen Chat zu erstellen. Ich kann aber auch jetzt hier mit einem Klick auf die Quelle mir einen Überblick nochmal über die konkrete Quelle verschaffen. Wenn ich da draufklicke, bekomme ich hier auch nochmal eine kleine Zusammenfassung angezeigt. So, jetzt bekomme ich hier erstmal ein paar Vorschläge, was ich machen kann. Und wir sehen, das Ganze ist noch experimentell. Das heißt, hier die Übersicht der Übersetzung, das stimmt doch nicht so einwandfrei. Aber ich glaube, da können wir jetzt gerade drüber hinwegsehen. Da wird sich auf jeden Fall in naher Zukunft noch einiges tun. Ja, klicke ich doch jetzt einfach mal auf häufig gestellte Fragen. Ich habe hier alle Fragen oder alle Quellen ausgewählt. Und in meinem Chat wird jetzt eine neue Notiz erstellt, wo mir jetzt im Prinzip aus den vier Internetseiten oder den vier Beiträgen, die ich jetzt hier hinzugefügt habe, ein FAQ, also häufig gestellte Fragen, jetzt auch erstellt wird. So, häufig gestellte Fragen zur Mediennutzung von Kindern 0 bis 6 Jahren und mit entsprechenden Antworten, die sich dann aber auch direkt auf die Quellen dann auch beziehen. Und das ist auch etwas, was ich jetzt erstmal sehr positiv festgestellt habe, auch in den Chats, dass zum einen, wenn ich jetzt hier mal eine Frage stelle, Was ist bei der Mediennutzung mit Kleinkindern zu beachten? Dass ich hier Antworten bekomme, die sich, das ist jetzt erstmal meine Einschätzung, ausschließlich auf die Quellen auch beziehen. Also es wird nichts irgendwie aus dem Internet noch mit hinzu erfunden oder hinzugedichtet. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, das werden wir sehen, wenn der Text hier erstellt wird. Das kann jetzt ein bisschen dauern. So, jetzt haben wir hier ganz viel Text bekommen. Ist ja aber auch eine sehr, sehr allgemeine Frage, sinnvolle Regeln und Grenzen. So, und was ich jetzt hier auch sehr, sehr schön finde, das ist der Quellenbezug. Das heißt, ich habe hier hinter den Aussagen auch die verschiedenen Quellen angezeigt. Und wenn ich hier draufklicke, dann bekomme ich dann auch in meiner Quellenübersicht die jeweiligen Punkte auch angezeigt. Und das war ja etwas, was wir zum Beispiel im Chat-PDF nicht so gut hatten, im Chat-GPT, in den Kasten-GPTs auch nicht so besonders. Das ist also vor allem dieser Bezug zu den von uns erstellten Quellen, zu den Texten, dass wir einfach auch nachvollziehen können, wie gut sind denn auch wirklich die Ergebnisse. Und jetzt kann ich im Prinzip dieses Sprachmodell, dieses Notebook auch nutzen für neue Artikel. Ich kann mir das zusammenfassen lassen. Ich kann mir neue Artikel erstellen lassen. Ich kann einen Bericht daraus stellen lassen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, das finde ich auch sehr schön, dieses Notebook auch freizugeben an andere Personen mit Google-Adresse. Und habe dann hier aber auch die Möglichkeit, verschiedene Rechte anzugeben, Inhaberrechte. Ich kann nur zuschauen, nicht bearbeiten. Oder eben Redaktions- oder Bearbeitungsrechte. Das heißt mit Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel inhaltliche Arbeit. Und dann kann ich das ganze Notebook, ich sage mal auch der Kundschaft, den Familien, den Eltern zur Verfügung stellen, zur Wissensabfrage, zur Informationsabfrage. Und alles, was sie dafür brauchen, ist ein Google-Account, der ja in der Regel bei sehr vielen vorhanden ist. Zumindest bei jedem Smartphone-Nutzer oder Nutzerin mit Android-Smartphone oder mit Menschen mit einem YouTube-Account. Das sind ja eben die entsprechenden Google-Adressen. Finde ich so erstmal eine sehr schöne Sache. Wenn ich hier zurückgehe, komme ich wieder in die Übersicht. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, die entsprechenden Notebooks auch nochmal zu bearbeiten und die Titel reinzubringen. Digitale Elternbildung. Und jetzt auch entsprechend weiterzuarbeiten. Was mich jetzt auch nochmal interessiert, ich hatte in der Praxis sehr viel mit Custom-GPTs bei ChatGPT gearbeitet, also auch geschaut, wie kann mich so ein Sprachmodell bei der Projektarbeit zum Beispiel auch unterstützen, bei Sachberichterstellung und so weiter. Und deswegen nehmen wir uns jetzt einfach auch mal die Zeit oder ich nehme mir die Zeit. Ob ihr so euch nehmt, das müsst ihr jetzt entscheiden, einfach auch mal zu schauen, inwieweit ich jetzt das Ganze auch für meine Projektarbeit nutzen kann, ähnlich wie ich es mit unserem Edoverse Social-Projekt getan habe. Konkret geht es um das Projekt Edoverse Social, Erprobung von digitalen 3D-Räumen, Metaverse-Anwendung im Bildungsbereich. Und hier werde ich mir jetzt mal ein neues Notebook erstellen. Und hier nutze ich jetzt einmal die Funktion PDF-Upload. Das heißt, ich habe hier schon mal ganz viele PDF-Dokumente, die ich auch für das Custom-GPT von ChatGPT, für das Sprachmodell schon erstellt habe. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel die Vorgaben für den Sachbericht. Jedes Projekt hat andere Finanzierungsstruktur, anderes Ministerium. Jedes Ministerium hat eine andere Vorgabe für Sachbericht. Deswegen ist es auch wichtig, diese Struktur hier auch zu haben. Den Projektantrag, den nehme ich nochmal mit rein. Halt, falsche Taste hier. Genau, Projektantrag. Dann verschiedene Dokumentationen, die ich mir als PDF bereitgestellt habe. Und noch eine Studie dazu und lade die jetzt mal hoch. Generell gilt natürlich, wie bei allen anderen KIs auch, Thema Datensicherheit, Datenschutz. Ich nutze hier ein Angebot von Google, amerikanisches Server. Das heißt, ich sollte es auf jeden Fall vermeiden, hier mit personenbezogenen Daten zu arbeiten. Und von daher sind diese Dokumente, die ich jetzt hochlade, sowieso anonymisiert, weil ich die ja schon für das Sprachmodell von ChatGPT aufbereitet habe. Aber wenn ihr damit arbeitet, keine Daten mit Personenbezug, wenn ihr nicht explizit die Genehmigung dafür auch habt. So, was ich mir jetzt noch hochlade, das ist Textdateien. Das muss ich leider, ich sage mal explizit, ich kann nicht sagen PDF, dann lade ich alle Dateien hoch, sondern ich muss erst alle PDFs und dann alle Textdateien wählen. Und dann habe ich hier nochmal verschiedene Transkripte als Textdatei. Also es ging ja vor allen Dingen auch um Wahrnehmung, Veränderung von Raumgefühl. Da haben wir ganz viele Videos erstellt, Interviews erstellt. Die habe ich mir mit Whisper transkribieren lassen. Dazu gibt es auch nochmal ein Video hier auf unserer Seite und im Kanal. Und diese Transkripte lade ich jetzt hier auch hoch. So, ich habe jetzt hier auf der Seite sämtliche Dokumente, die ich sehe oder die ich jetzt hochgeladen habe und kann mit ihnen jetzt arbeiten. Entweder alle Quellen auswählen oder einzelne Quellen auswählen. Grundsätzlich ist es ja so, die KI sucht den jetzt in den Dokumenten nach und gibt mir dann die Informationen, die ich haben will. Und da ich jetzt erstmal wissen möchte, wie der Sachbericht gegliedert sein soll, um darauf aufzubauen, wähle ich jetzt auch erstmal nur den Projektantrag aus und frage jetzt einfach mit meiner Sprachsteuerung, wie muss der Sachbericht gegliedert sein? So, es wird ein Chat jetzt aufgebaut und jetzt gucken wir auch direkt mal. Aha, genau. Natürlich sind die Informationen nicht zu finden, weil ich habe hier als Quelle den Projektantrag ausgewählt und nicht den Sachbericht. Das ist natürlich super. So, dann nochmal. Das ist halt live, Leute. Wie muss der Sachbericht gegliedert sein? Aber das zeigt ja auch ganz gut, dass die KI auch wirklich nur Bezug auf die jeweiligen Dokumente nimmt. Das war jetzt didaktisch eingeplant. Ja, das war Absicht. Denn jetzt sehen wir nämlich auch die verschiedenen Strukturen oder die einzelnen Punkte des Sachberichtes und können die jetzt hier auch mit der Quellenübersicht auch, ich sag mal, gut nachvollziehen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Punkte, formale Vorgaben, maximal zehn Seiten, dann hier Zuwendungsempfänger, Ausgangslage, Kooperationspartner, Zielbeschreibung, Planung und Ablauf, Ergebnisdarstellung. Also das ist eigentlich korrekt und es funktioniert auch. Jetzt möchte ich gerne, dass Notebook LM anfängt, mir ein bisschen Text zu schreiben. Soll ja auch generative KI mit drin sein. Würde ja auch Sinn machen. Das heißt, ich nehme jetzt den Projektantrag nochmal mit dazu und nehme jetzt mal die Zuwendungsempfänger durchführende Stelle, weil das, weiß ich ja, steht im Projektantrag mit drin. Schreibe mir 300 Wörter zu Punkt 1 der Gliederung. So, jetzt schauen wir mal, was ich hier. Ah, hier, die Evangelische Erwachsenenbildung Hessen reicht Projektantrag mit dem Titel Metaverse, digitale 3D-Räume als Lern- und Erfahrungsorte beim Kultusministerium ein. Antrag stellen, Kooperationspartner, Zentrum Bildung. Das ist richtig. Fachbereich Erwachsene, Bildung, Familie ist auch richtig. Das stimmt alles. Kooperationspartner, Zentrum gesellschaftliche Verantwortung. Das ist korrekt. Hessen Campus Darmstadt müsste noch, ja, ist hier genannt. Also soweit korrekt. Und jetzt kann ich ja mal gucken. Das ist mir jetzt ein bisschen wenig. Vielleicht kann ich das Ganze noch sagen. Schreibe diesen Punkt bitte ausführlicher und 400 Wörter. Ob es jetzt hier mit drauf eingeht. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und das ist dann, wie gesagt, ein Text. Da kann ich hier, wie gesagt, auch noch mal kontrollieren. Stimmt das alles? Bezug nehmen auf die einzelnen Quellen. Ich kann mir die Texte nachher rauskopieren. Und ja, vielleicht mit der Wolf-Schneider-KI oder mit einem Schreibassistenten nochmal eine einheitliche Form bringen. Aber auch hier so Ministeriumsberichte, da kommt es ja auch weniger auf die lyrische Tiefe und auch auf meinen individuellen Schreibstil an. Da müssen wir auch ehrlich sein. Wir sind ja froh, wenn es, ich sage mal, sachlich irgendwie korrekt ist und wir das Ganze auch schnell über die Bühne bekommen. Ja, wir sind ja hier unter uns. Okay, also genau. Also das funktioniert schon mal wunderbar. Wir können jetzt auch inhaltlich natürlich mal fragen. Ich wähle jetzt einfach mal alle Quellen aus und frage jetzt auch noch mal, wie verändert sich Kommunikation in digitalen 3D-Räumen? Jetzt wollen wir mal schauen, ob die Notebook LM auch den fachlichen Bezug auch hinbekommt. Und ja, sehen wir mal. Digitale 3D-Räume verändern die Kommunikation, sich die Darstellung, Nähe, Distanz ermöglichen, die in 2D-Konferenzen wie Zoom nur eingeschränkt möglich sind. Die neuen Möglichkeiten, Nähe und Distanz abzubilden, ermöglichen informelle Begegnen fördern Bildung Gruppen, ähnlich wie bei realen Umgebungen und dann auch hier die entsprechenden Quellen. Ah, das sind jetzt die Interviews. Also auch sehr, sehr schön. Also es freut mich wirklich, dass es jetzt hier mal irgendwie ein Modell gibt, was nicht irgendwie Inhalte dazu erfindet oder dazu dichtet. Das scheint hier wirklich seriös auch zu sein und sich auf die eigenen Quellen auch nur zu beziehen. Inhaltlich jetzt vielleicht noch mal gespannt, gehen wir noch mal hier in den Leitfaden von unserem Notebook. Ja, hier im FAQ-Bereich zu erstellen oder auch Inhaltsbereich, den wir dann entsprechend auch zur Verfügung stellen wollen. Weil es soll ja auch immer darum gehen, im Bildungsbereich Informationen ja auch, ich sag mal, barrierearm auch zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir jetzt Einfluss haben, wirklich auch erstmal auf die Qualität der erstellten Inhalte, was wir ja als Experte sowieso haben sollten, aber auch darauf, dass das Modell auch wirklich nur auf unsere Inhalte zugreift, wir diese Sachen dann auch freigeben können, sodass die anderen Leserinnen und Leser nur einen Google-Account brauchen, finde ich, ist das noch mal eine enorme Erleichterung, was die Bereitstellung von Informationen auch anbetrifft. Also wunderbar. Das heißt, was ist das Metaverse? Welche Herausforderungen gibt es? Wie können 3D-Räume im Bildungsbereich eingesetzt werden? Super. Also finde ich wirklich ganz gut. Natürlich muss man jetzt noch mal, ich sag mal, in der Tiefe noch mal schauen, Qualität der Texte, aber genauso, wie wir das auch bei den Custom-GPTs, bei Chat-GPT machen müssen. Aber ich bin, glaube ich, jetzt erstmal sehr, sehr angetan von Notebook.lm. Und ich bin mal total gespannt, was ihr für Ideen habt, wie man diese KI vielleicht auch noch mal weiter nutzen könnte, welche Einsatzszenarien es gibt. Nicht nur so die eigene Berichterstattung, sondern vielleicht auch die Kommunikation nach außen zu öffnen, weil wir hier wirklich auch ein kostenloses Angebot haben und Google-Accounts ja auch wirklich gut auch verbreitet sind. Ja, lasst uns hier einfach auch noch mal ins Gespräch geben und wie immer austauschen über Möglichkeiten, die uns diese neue Technologie auch bietet. In diesem Sinne, ja, schreibt mir in die Kommentare, meldet euch zurück. Ich freue mich auf eure Antwort. Bis zum nächsten Mal und bis bald. Macht's gut und tschüss.